Ich bin Isam Schein, ich bin 14 Jahre alt und spiele auf der 6. Position. Meine bisherigen Vereine waren der F. Sitzbach und der F. Malsch. Meine persönlichen Ziele sind es, mich immer weiter zu entwickeln und immer was Neues dazuzulernen. Unser Mannschaftsziel ist es, dass wir uns auch als Mannschaft immer weiterentwickeln und immer was Neues dazulernen.